Egal ob die Chefleute sind, Arbeitskollegen, Lehrlinge, sie stellen dich immer gleich. Du bist immer ein Arbeiter bei der Präfa und schätzen das auch wert. Ich komme heuer im September ins dritte Lehrjahr und habe noch keinen Tag gehabt, wo ich mir gedacht habe, dass ich es nicht machen hätte sollen. Das Beste ist für mich eigentlich, wenn ich die Facharbeiterprüfung positiv abgeschlossen habe, kann ich mir die Frage stellen, ob ich dann die Masterschule besuche und den Master drauf mache. Das ganze rund um Adum macht das besonders.